Zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen wurde in der schwedischen Hauptstadt Stockholm ein Koran verunglimpft. In Schweden gilt das als Protestaktion, als freie Meinungsäußerung. In vielen Ländern der arabischen Welt löst sie Wut und heftige Proteste aus. Das saudische Außenministerium bezeichnet die Aktion als eine systematische Provokation gegen die Gefühle von Millionen von Muslimen auf der ganzen Welt. Kritik kommt auch aus der Türkei und aus dem Irak. In der irakischen Hauptstadt Bagdad entlädt sich die Wut besonders heftig. Proteste in vielen muslimisch geprägten Ländern. Im Libanon, im Iran und im Irak gehen tausende Menschen auf die Straße. Ihre Wut richtet sich gegen die erneute Verunglimpfung des Korans. Es geht um diesen gebürtigen Iraker, der am Donnerstag in Stockholm einen Koran tritt und darauf trampelt. Erst vor wenigen Wochen hatte er einige Seiten des Korans angezündet. Weil Schweden die Demonstration erlaubt, stürmen Demonstranten nachts zuvor die schwedische Botschaft in Bagdad und setzen das Gebäude in Brand. Die irakische Führung hatte zuvor die schwedische Botschafterin des Landes verwiesen. Und die Proteste gehen weiter. Die Vereinten Nationen verurteilen die Verunglimpfungen des Korans. Lassen wir für einen Moment die Frage beiseite, was das Gesetz sagt, was erlaubt ist und was nicht. Und unabhängig von den eigenen religiösen Überzeugungen oder dem Mangel an Glauben. Menschen müssen mit Respekt für andere handeln. Das fordern auch viele andere in dieser Debatte. Wie etwa dieser muslimische Demonstrant, der kürzlich ankündigte, vor der israelischen Botschaft in Stockholm eine Tora und eine Bibel verbrennen zu wollen. Dann aber wirft er sein Feuerzeug weg. Muslime verbrennen keine Bücher, sagt der Mann und plädiert für Respekt. Gegen den Verantwortlichen der Koran-Verunglimpfungsaktionen in Schweden wird nun hingegen unter anderem wegen möglicher Volksverhetzung ermittelt. Über diese Geschichte spreche ich jetzt mit Daniel Gerlach. Er ist Nahost-Experte und Mitbegründer und Chefredakteur des Magazins Zenit. Hallo Herr Gerlach. Ja, guten Abend. Es ist ja in diesem Jahr schon ein weiterer öffentlicher Angriff, muss man sagen, auf den Koran in Schweden. In Bagdad wurde daraufhin die schwedische Botschaft gestürmt und sie auch angezündet. Wieso fallen die Reaktionen so heftig aus? Es gibt zwei Ebenen. Das einmal sind die Demonstranten, das ist die Straße, da ist die Lunte sehr kurz und da gibt es wegen vielerlei Anlässe oft Demonstrationen, die dann auch gewaltsam ausarten. Und es gibt auch leider eine gewisse traurige Tradition von Übergriffen auf Botschaften, die von den irakischen Behörden da nicht ausreichend gesichert wurden. Das andere ist die Regierungsebene und dieses Zerwürfnis zwischen der Regierung Sudani, die sich sehr unter Druck gesetzt gefühlt hat und die wohl offensichtlich, nach meinen Informationen, auf die schwedische Regierung versucht hat einzuwirken, das zu stoppen. Und dann gab es ein Dokument, was die Schweden den Irakern zur Verfügung gestellt haben. Und dieses Dokument scheint von den Irakern aufgefasst worden zu sein als eine Genehmigung dieses, also nicht nur dieser Demonstration, sondern als im Grunde eine Einwilligung dieser Koranverbrennung. Das ist wahrscheinlich aus schwedischer Perspektive ein ganz furchtbares Missverständnis, aber es gibt viele politische Konflikte im Irak. Wir stehen kurz vor dem Trauermonat Muharrem, einem der heiligen Monate, der besonders wichtig für die Identität der irakischen Muslime ist. Und da nutzt man solche Anlässe dann eben dafür, um zu solchen Protesten, die natürlich nicht gerechtfertigt sind, vor allem nicht, wenn sie in Gewalt enden oder gar zu gewaltsamen Übergriffen auf die Botschaft führen. Das Ganze hat noch andere Konsequenzen, die wahrscheinlich jetzt auch die schwedische Wirtschaft und Unternehmen im Land betreffen werden. Und das ist alles andere als eine schöne Sache. Das heißt, es geht vielleicht gar nicht generell um die Tat als solche, also das Anzünden des Korans an sich, sondern vor allem auch darum, dass diese Protestaktion in Schweden überhaupt offiziell genehmigt wurde. Verstehe ich das richtig? Ja, dieser Mensch, der nach irakischer Lesart geistig verwirrt ist, andere sagen gezielte Provokation, möglicherweise sogar das Verhältnis zwischen Schweden, zwischen den westlichen Staaten und den muslimischen Staaten bewusst schädigen möchte, also was er für eine Agenda hat, ist nicht ganz klar. Aber man nimmt es den Schweden übel und hat überhaupt kein Verständnis dafür, dass es in einem Land möglich ist, eine solche Aktion zu tun. Und es kommt ja noch hinzu, dass es jetzt nicht nur um den Koran ging, sondern auch um die Verbrennung der irakischen Flagge. Und das ist insofern besonders tragisch, weil in Schweden eine große irakische Community lebt und Schweden sehr engagiert ist im Irak. Schweden hat erst vor zwei oder im letzten Jahr eine große Strategie vorgelegt, wie sie den Irak helfen wollen zu stabilisieren. Sie sind beteiligt an der Ausbildung von Militärs und Firmen wie Eriksson, sind aktiv im Land, verschiedene Stiftungen arbeiten in der Friedens- und Dialogarbeit. Das alles ist jetzt in Gefahr, weil man muss davon ausgehen, dass Mitarbeiter von schwedischen Unternehmen und Firmen jetzt allein schon aus Sicherheitsgründen aus dem Irak sich zurückziehen müssen. Meinungsfreiheit steht auf der einen Seite, das sagt Schweden zumindest, Respekt vor religiösen Schriften und dem Glauben auf der anderen. Überspitzt gefragt, hört Meinungsfreiheit auf, wo religiöse Gefühle verletzt werden? Was ist Ihre Meinung dazu? Diese Diskussion können wir jetzt in der Kürze der Zeit nicht führen. Das übersteigt das Format unserer Sendung hier. Aber ich denke auf jeden Fall, dass es ein sehr, sehr großes Missverständnis und Unverständnis gibt zwischen den Staaten, was individuelle Freiheit anbelangt und auch die Freiheit, religiöse Symbole herabzusetzen. Und die Iraker haben immer wieder darauf bestanden, dass es in irgendeiner Form auch aufgrund der diplomatischen Geflogenheiten es möglich sein muss, für ein Land sowas zu unterbinden. Es gibt Länder, wo das auch unterbunden worden wäre. Da hätte man mit die nationale Sicherheit gesagt, dass das nicht möglich ist und dass es die schwedischen Bürger im Ausland in Gefahr bringt. Aber eben im Falle Schwedens wird dieses Gut eben höher eingeschätzt. Daniel Gerlach, vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Danke Ihnen.